Gibt es eine Anekdote aus eurer Studienzeit über eine Vorlesung oder eine Freizeitbeschäftigung? Ja, ich erinnere mich immer sehr gerne zurück an den Ausflug in Richtung BBS-Felgenproduktion, wo wir erstmal die Produktionen angeschaut haben, irgendwo im Schwarzwald, wenn ich jetzt nicht ganz falsche Blick und danach waren wir noch in der Alpiersbacher Brauerei und haben dort eine Brauereiführung gemacht, was natürlich dann am Ende sehr feucht, fröhlich und lustig geendet hat bis tief in die Nacht mit den Profs gemeinsam und den ganzen Studierenden, was wieder das Thema Zusammenhalt und das familiäre und das sehr gemeinschaftliche Lernen gefördert hat. Ja, lustige Anitoten sind meistens mit dem Trinken oder Feiern verbunden, so auch bei mir. Ich habe vorher schon erwähnt, dass meistens nach den Prüfungen geht man gerne feiern und gerne gemeinsam die Saar rauslassen und so war es das. Nach unseren letzten Prüfungen waren wir gemeinsam hier ums Hochschulgebäude rum gemeinsam feiern und haben dann kurzerhand einen Flug nach Mallorca gebucht und sind dann am nächsten Tag um 13 Uhr am Flughafen gestanden mit einem kleinen Kater, aber es hat Spaß gemacht. Also solche Geschichten erlebt man nur, wenn man studiert, gemeinsam feiern kann und einfach gemeinsam Spaß hat hier. Wenn euch das Video gefallen hat, schreibt uns einen Kommentar und abonniert unseren Kanal.